Seid begrüßt meine lieben Zuschauer und Gäste auf meinem Kanal. Wie versprochen möchte ich euch heute meine genähten Sachen zeigen und ich hoffe ihr könnt euch gut erkennen. Aber mir ist das jetzt anders nicht möglich und ich bin mordsmäßig erkältet, also nehmt ein bisschen Rücksicht. Und ich hoffe ihr habt trotzdem Spaß an meinem Video. T-Shirt Nummer... 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 T-Shirt Nummer...